so jetzt könnt ihr euch auf eskalation freuen jetzt haben wir ein puck jetzt habt ihr ein puck in dem level und es wird richtig hart abgehen wir haben sie block wäre aber schon fast drin gewesen wäre fast drin gewesen halt direkt ein torschuss die tore sind hier ein breiter muss ich feststellen das ist echt wirkt auf jeden fall so ja es wirkt na weil die oder weil die so nach hinten gelehnt sind ich ja ich glaube auch schon ein bisschen tempo reinbringen das ganze was war da auch ich da ja genau sie block haben mich einfach weg wenn der reingegangen wäre dann hättet ihr mal sehen müssen was sie block gerade gemacht der ist so der ist auf foma niveau hat er mit sie block haben ja schon gewonnen gut dass der puck leuchtet jawohl chris sehr schön und der zähler weg gesammelt weggerammt weggefrühstückt sauber c block er hat wenigstens versucht du wärst sonst wohin gefahren erwarte ich von mir so eine parade aber nicht von einem allstar computer gib mich die kirsche wo ist das ding guck mal wo er den hinhaut man was ist mit c block los junge das ist c block junge tut mir leid so viel cool das hat er nicht verdient er ist c block mit seinem zählen ist alles in ordnung der ist schon wieder in mich reingefahren ja weil du ihn dauernd c block nennst das ist echt so nenn dir doch c to the c to the block c to the fucking block richtig ja genau c to the fucking block alta der der Funk und der kommt genau hier in die mitte am Arsch das wärnt toll gewesen ich treue dem ganzen nicht so wenn c b b hinten ist wollte ich grad sagen aber der fährt einfach nach vorne Ja. Oh, dass dir überhaupt schon ein Tor gefallen ist? Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Das macht auch noch ein Lupfer-Tor, oder was? Nee, hallo. Ja, toller Mittelfeldpass, der genau ans andere Spielfeldende geht. Ja gut, du hast quasi die Seite gut verlagert. Oh Gott, das gibt's nicht, oder? Wahnsinn, was für ein Zusammenspiel. Da, guckt euch das an. Zack, da unten hab ich den Ball berührt, und dann? Wahnsinn. Steht der Weltmeister tatsächlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich bin schwer beeindruckt. Ich wusste halt, dass die Flanke da kommt, die konnte da nur so kommen. Ja, Bodo hat ja auch gesagt, Flanke kommt. Richtig. Alter. Nicht, dass ich's gelesen hätte, aber... Ja, und nicht, dass ich's gedrückt hätte, aber... Ja, und der C-Block fällt klassisch dran vorbei. Ja, aber das war Taktik, äh, das ist Bodo-Taktik. Vorbeifahren hat mich verwirrt. Richtig. Und dann war blöd. So, Bodo, Mitte. Und dann, ne? Oh, oh, macht er ja wirklich. C-Block. Oh, C-Block und der Weltmeister verpassen beide. War aber sehr geil gedacht an sich. Und Mitte? Alter, wo fliegt der denn hin? Das ist doch nicht Mitte. Ja, der kommt, ist doch jetzt Mitte, guck doch. Oh, ich mach ihn einfach selber. Man, nein, ich schwärze, ich mach's das einfach weg. Wunderschön, wunderschön. Hast du toll gemacht, ich bin stolz auf dich. Morgen kriegst du eine zweite Portion Nachtisch. Das ist aber nett. Guck mal, wie hoch der noch fliegt, wie soll man denn da rankommen? Ja, mit Boost. Völlig falsches Stellungsspiel vom Torwart. Ja, Bodo, da musst du dich jetzt mal selbst hinterfragen, ne? Ja, wo war denn C-Block? Wer hat C-Block gesagt, dass er der Torwart wäre? Ja, ich. Ja, dann wechsel doch mal Position. Oh, das war aber knapp. Bodo, wenn du hinten stehst, dann geht das schon automatisch vor. Oh, der Bodo macht einen Weltklasse-Keeper. Ja, danke C-Block. Echt danke. Konnte einfach mal zurückspielen. Die beiden werden noch nicht mehr, Sicherheitspass. Never-Ending-Love-Story. Wer hat den eingestellt? Still a better love story than Twilight. Bodo und C-Block. Alter, wo man aber auch hinfliegt. Weißt du, andere werden gefeuert, weil sie ihren Penis in der Hotel-Lobby zeigen, aber C-Block darf spielen. Das Vergleich. C-Block, das B steht für Bodo. Da muss eigentlich der B-Block. Ja, deswegen ja. Oh, wenn der reingeht, ne? Ne. Nein, 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 nein. Nichts. Nichts da, nichts. Das wird kein 2-2 mehr, das sei ja. Das war ein Mittelfeldpass. Ja, sauber. Einfach beschäftigt halten. Ja. Einfach beschäftigt halten. Einfach in der Luft halten. Das passt schon. Du fliegst ja richtig. Ich weiß, ich kann das ja. Komm mal an die Mitte. Mitte. Man. Alles muss man selber machen. Nein. Nein. Oh, nein. Oh mein Gott. Ja, der ist lang genug in der Luft, passt schon. Oh, der Weltmeister fällt daneben, Gott sei Dank. Aperture Science, alles klar. So, 2-1. Das kann natürlich auf der runden Map nur noch lustiger werden. Oh nein. Ich glaube, das werden viele Tore. Ich spiele ihn jetzt mit Merlin. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Der ist drin. Ja. Da kannst du nichts mehr machen. Der Weltmeister. Da kannst du nichts mehr machen. Hä? Ich hab den Ball doch gar nicht berührt. Mit der Zauberkraft von Merlin. Ah, klar. Wirklich. Das war wirklich. Merlin hat ihn gegen den Weltmeister. Ey, Mann. Wirklich. Ihr kriegt schon wieder einen, der macht direkt eine Vorlage, ne? Klar, Alter. Ich werde behindert. Der alte Zauberer. Das war quasi, äh, Zauberrei. Kriegt er auf jeden Fall viele Punkte für, auf jeden Fall immer diese Füße. Nein. Jetzt kriege ich gerade, jetzt kriege ich gerade eine Nachricht. Bodo, du spielst Rocket League. Wow. Ja, sicher ist sicher, ne? Captain Obvious. Nein! Ich hab sogar ein Tor gemacht. Sehr gut, Bodo. Siehst du, jetzt wo du weißt, dass du Rocket League spielst, hast du fängst da Tore zu machen. Darf doch nicht wahr sein. Was macht der denn da? Kühl berechnen und abwarten. Gut, ich hab mein Tor auch nicht verstanden, aber. Merlin hat ja wirklich einen Zauberhut auf. Ich hab, hallo? Ja, siehst du, dass du fährst. Der fährt nicht einfach um. Du warst halt in meiner Kurve drin. Nicht machen, ey. Du warst in meiner Kurve drin, sagt er. Ja, danke. Auf der Ideallinie halt. Auf der Ideallinie. Alter, that ball. Yo. Es war ein Befreiungsschlag. Läuft bei mir. Oh ja, der Weltmeister. Das ist doch eine Steilvorlage. Seh ich doch. Yo. Der geht wieder ineinander. Alter, wohin? Zum Glück. Und wieder rüber, das Ganze. Und Gulazzo. Was ein Traumschuss. Das darf doch nicht wahr sein. So einfach ist es doch nicht, ne? Ey, dieses verkackte Spiel. Ich treffe diesen Ball einfach nicht. Bodo, du geile Growlersau. Machst die alle nass. Boah, Bodo, du Growler, ey. Okay. Naja. Der Bodo Schlachtruf. Dieser legendäre Moment. Der Bodo Entertainment Moment. Der Bodo Entertainment Moment. Dieser Bodo Entertainment Moment, wo keiner mit gerechnet hat. Nein, 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 nein. Hab ich. Und es wird sogar noch ein Gegentor für euch. Ist ja Weltklasse. Das ist ja Weltklasse. Es wird kein Gegentor. Warum nicht? Ja, weil der Weltmeister es immer zupacken würde. Nein. Jawohl, jetzt hat er aber. Oh, euer Ernst. Wee. Dieser Verkackte. Geh doch mal weg, Banani. Mist, Flomeda. Und der ist drin. Den Ball schon für längere Zeit nicht mehr berührt. Was? Chris und Banani beide an die Latte geko... Was? Weltklasse. Wie war das denn realistisch? Das war super gemacht. Alter, mehr Glück als so standen, ey. Das war super gemacht, sagt er. Jetzt begonnen. Du warst ja auch. Muss ich dir im Replay nochmal angucken. Ich spring einfach daneben. Jetzt Merlin. Das ist das Beste, was ich machen könnte. Oh Gott, wohin? Was ist das Drecksding? Ist echt so. Wow, viele Tore incoming. Ja, ich seh das schon. Eigentlich find ich es super spannend gerade. Ist ein richtig gutes Match. Ja, ist ein richtig gutes Match. Ist es nicht? Frodo, was machst du? Ich mach Willy. Oh, das Ding hüpft und hüpft. Und ich hab ihn. Nein, Latte. Ja, ja, schön. Der geht wieder rüber. Das hab ich gesehen. Deswegen hab ich mich erst gesagt. Hallo Mann, ich werd hier von meinen eigenen Teamkameraden geschaffen. Ja, ich hab dich extra nach da vorne. Weil du warst perfekt beim Punkt dann. Das war schon Absicht. Oh mein Gott. Das wäre so ein geiles Tor gewesen. Ich hab Paradepunkte bekommen. Nein. Ich wollte dir nur Starthilfe geben. Deswegen hab ich dich gerammt. Oh oh. Oh, wirklich Merlin. Wo ist der Ball? Nein. Wo ist der Ball? Nein. Die Ansage ist klar. Nein. Gibt kein Ball mehr. Du hast deine Ballrechte vertan. So. Zack. Deine Ballkontakte sind aufgebraucht. Merlin, mach keinen Scheiß. Da musst du im Game Store. Oida. Stark Weltmeister. Boah. Wo ist die Scheiße hingeflogen? Boah, Chris geht auf Zeiten. Oh mein Ball. Puck. Ballpuck. Nein. Nein. Der titscht einmal blöd auf und ist da drin, ey. Nein. Wow. Alter, wohin? So schnell kannst du gar nicht gucken, ne? Oh. Was? Oh, war da knapp. Ich dachte, da war es so sehr drin. Und Chris, schöne Vorlage. Jawohl, danke. Ich feier einfach im Kram. Aber da ist Banani noch im Weg. Komm, egal. Ich mach den jetzt. Ja, was? Bam. Alter, durchs Tor gefahren. Das darf nicht wahr sein. Was? Der ist drin. Das rieche ich. Nein. Nein. Merlin! Habe ich noch gesagt. Jawohl. Ich glaube, das speichere ich auf jeden Fall. Ich rieche gleich nochmal. Da, Merlin, da hat er, da kam er. Und dann hat er sich schön zur Seite weggedreht. Komm, jetzt all or nothing. Tor. Und kaputt. Nein, 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 nein. It's weg, um Gottes Willen, ey. Ja, 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 please, please. Sundance hat die Partie verdient. Ja, ja, nein. Nein. Du Idiot. Das war richtig schlau. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Richtig gutes Spiel von uns. Richtig gutes Spiel. Habe ja auch direkt einen Schutzhelm verdient. Den Datenstrom. Ich habe irgend so einen Repulsionskill bekommen. Oh, scheiße. Oh, scheiße, ich habe mich verklickt. Wie konnte ich den unternehmen schießen? Ich wollte gerade sagen, warum ist der Bananin so ausgegraut? Er müsste mich da irgendwie nochmal reinholen. Oh, Junge. Ach, du Lappen. Was ist das denn für eine Countname? Chris mag Bodos Kurven nicht. Ich wurde aus der Gruppe entfernt. Alles klar. Ja, natürlich bist du entfernt worden, weil du raus bist. Ja, wir müssen, gehen wir alle raus, alle raus, alle raus. Wegen Banani. Bedankt euch bei Banani. Dank, du Lappen. Danke, Banani. Ja, kein Thema. Und jetzt? Warum muss ich wieder ins Team online gehen wegen dir Lappen, ey? Du musst dir wieder 35.000 reinholen. So, so, Banani ist voll der Lappen. Echt so, lass dir mal schlagen. Schmutziger Lappen. Schlagen. Hat der Bruder jetzt eigentlich wieder zwei Monitore, oder? Ja, habe ich. Ich bin begeistert. Er kann endlich auf den Chat eingehen. Ja. Mach ich aber nicht. Liest mir wieder irgendwelche Account-Namen vor, sagst allen Hallo und das war's dann. Ja. Ja, ja. Bitte, bitte. Kein, kein Ding. Wofür auch immer ihr euch bedankt. Jetzt, geh doch mal. Hast du jetzt Banani angenommen? Ich habe kein, nichts gehört von Team. Boah, ich schwöre bei Gott. Ich geh jetzt nicht nochmal online. Ich sag's dir, Banani. Echt mal. Nein, ich habe keine Einladung bekommen. Oh. Was soll ich denn, was kann ich denn dafür? Ey, ich habe hier Beweise. Ist auch so. Immer diese Beweise. Warum hat der eine jetzt hier eigentlich eine Torte? Ja, ich habe Hunger, ey. Ich habe Hunger. Okay, und Rocket League reagiert nicht. Aber ich habe auch mein Hufeisen jetzt dabei. Ja, habe ich schon gesehen. Sieht geil aus. So, Herr Bananenbrot. Einladung gesendet. Ja, jetzt habe ich sie auch. HiBode, the man möchte wissen, wie es uns geht. Oh, die Krone habe ich glaube ich noch gar nicht. Die ist auch cool. Da steht HiBode, wie geht's. Nicht, wie es uns geht. Ich wollte euch auch mit einbeziehen. Ihr sagt zu wenig. Da dachte ich mir eigentlich. Jetzt ist da richtig was am Start. Krone und Broda. Nehm hier mal ein bisschen die Stimmung. Ist denn noch irgendwas anderes cooles an Antennen? Ja, Antennen fehlen mir noch voll viele. Das tut mir leid. Ah, ich habe doch eine geile Antenne. Die zählt nicht. Die zählt nicht. Ich habe doch eine geile Antenne. Das hat doch eine geile Antenne. Das stimmt ja nicht. Hallo, jetzt habe ich die 60 München Antennen. Oh nein, wir spielen mit dem Stinger. Das war's. Warte mal, ich habe noch eine geile Antenne. Ja, äh, äh, hallo, wohin? Schnauze, Bodo. Was hat denn das Ding da für ein 360? Woher? Weltmeister, zack mal deine geile Antenne. Du verdammter Homo. Nein, Bodo, nicht gut. Nice, Tor. Sehr schön. Aber das wird ja schlecht verteidigt. Was machst du da, Bodo? Ja, siehst du doch mal. Klarer Torschluss. Deine geile Antenne. Der hat mich abgelenkt. Völlig wahnsinnig. Alter, ich hasse das Kind. Aber du verdammte Drecksau, ey. Mach's nicht noch schlimmer. Ja, ja, ist okay. Wo ist denn das Ding jetzt hin? Der zur G-Send. Was ist denn das jetzt für ein Puck? Ja, der geilste Puck, Alter. Wie geil habe ich den bitte wieder geklärt? Boah, was macht der Weltmeister da? Kein Tor. Ist selbst irritiert bei seiner Antenne da. Halt einfach die Schnauze. Ist das die 60-Flagge? Ja, das ist die 60-Flagge. Ja, schade, dass sie nicht wirklich weiß ist. Und kaputt. Der Chris hier, der ist wieder auf Krawall gebürstet heute. So richtig gebürstet. Stark. Ey, Freihungsschlag. Stark, Banani. Oh, sorry. Ich habe jetzt mal mein Taxi-Ding gewechselt und... Glanzparade, auch noch. ...den Bauarbeiterhelm gewählt. Der Bagger. Der Baggerborde. Kommt dem Bagger-Utensil am ehesten. Boah, Alter. Der Stinger kommt auch noch überhaupt nicht klar. So schnell kann der Computer das gar nicht berechnen. Da habt ihr ja auch nicht mal einen Fomer. Ich glaube auch. Oh, Goa. 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 Ich springe zu früh, du kommst zu spät. So ist das. Nein. Fuck. Oh. Ja, und 18 Sekunden in der Luft, Mann. Oh mein Gott, wie konnte der nicht reingehen, bitte? Egal, aber der geht rein. Boom. Das sehen wir jetzt in der Wiederholung, oh Gott, Mann. Eine Sekunde zu spät. Boah, der ist auch genau... Boah, der Schuss, ey. 166 kmh. Ja, ich glaube, das ist auch was... Neuer Rekord, oder? 155 hatten wir bisher. Shit. Hauptsache, Wolf sagt zu sich selbst, guter Rösser. Ja, ist auch so. Was ein Ochse. Ja, das will er auch machen. Direkt aus der Ochsenbraterei. Ich sehe das zum ersten Mal, dass aus dem Puck so ein langer Strahl rauskommt. Okay. Quasi die Mittelpunkt-Achse. Ist ja ein Ding. Wenn du wüsstest, was für ein Strahl aus meiner Antenne rauskommt. Alter, was ist mit dem Puck los, hin und her? Der geht gar nicht mehr. Der ist kaputt jetzt. Der ist voll... Ihr habt ihn kaputt gemacht. Die sind vollkommen durch. Ihr habt ihn kaputt gemacht, ihr Idioten. Ja. Wo ist er denn, Alter? Was hüpft er denn so? Junge, Junge. Bodo. Nimm dich. Nimm dich? Nimm dich, sagte ich. Zum Bodo. Weil er die Abprallgeschwindigkeit wieder auf 3 Millionen Quadratmeter gestellt hat. Als wenn er hier so eine Rakete wäre. Er fliegt immer wieder so einen Vertikal-Start. Ja, Bodo wäre Kodako. Brennst du auch? Oh, ja. Vor allem der Auspuff. Jetzt hast du mir leid. Ja, Alter. Was hat der für ein Tor gemacht? Das konnte ich gar nicht sehen, weil ich kaputt war. Weil ich kaputt war. Ja, ich wurde zerstört. Guck doch mal. Oh, ein starkes Tor. Ja, ja. Die Bots. Der geht rein. Wo geht denn der rein? Ja, guck mal ran. Ach, du Scheiße. Oh, kriegst du das Gebackener zu zweit? Oh, nein. Oh, nein. Ja, also, alleine, ja. Oh, der Weltmeister. Hat's in der Hand gehabt. Jetzt kommt der Verteidiger. Oh. Oh. Oh, was ist... Ach, schade. Aha, beide verletzt. Das geht so. Nein! Ach, verdammt. Ah, 3-1 zu reden. Oh, er hüpft doch jetzt zehnmal. Ja, mindestens. Oh, der war stark. Komm, der geht rein. Oh, mit Balls of Steel, mein lieber Raiden. 20. Subscription in Folge. Holy shit, man. Danke. Dat Ansage, ey. Okay, vielen Dank. Goldtunnel-Lazzo. Alter. Wo kamst du denn her? Gut, wäre das Ding auch vergessen. Out of nowhere. Die Map ist auch ziemlich blind. Was hab ich getan? Ja, so. Hä, what? Wo war der? Ich hab aufgelegt, scheinbar. Guck was an, ey. Guck dir, ich bin auf dem Ding. Alter, das sind die WTF 183 kmh. WTF, wo? So viel zu rekorden. Das war übrigens ich, ne? Wollte ich nochmal gesagt. Ach, du bist dieser Bodo? Ja. Ach so. Alter, hörst du mal auf? Kannst du dein Ernst? Und Daniel Stiles hat seit zwölf Monaten ein Jahr Bodo Steals. Danke, Mann, für ein Jahr. Subscriber hier. Super geil, vielen Dank. Super geil. Super geil, ja. Okay. Was ist denn Bodo, ey? Das war ein Torschuss. Ich wollte noch Punkte holen. Ich dachte, wir verlieren eh. Hauptsache, meine Chance hat sie gesoffen. Na! Boah, das ist ein Fan jetzt. Oh, der wäre wahrscheinlich noch ins andere Tor gegangen. Hufeisen. Wahrscheinlich. Traurig, traurig. So. 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 So, sagt er. Ja, aber jetzt wird's interessant. Mal wieder. Ich hab ja fürchtet, dass du sowas sagst. Oh mein Gott. Jetzt kommt sowas bestimmt wie... Ach, ich frag dich. Ja, was kommt denn? Ich vermute gar nicht erst. Bredig, ignoriere dich einfach. Oh. Oh Gott, Gold. Der Wolfman ist dabei. Der Wolfman, okay. Die ersten fünf Punkte, ey. Können wir diese Mettmas einlassen? Die führ dich voll zum Kotzen. Oh, stark, Bodo. Danke. Hey, das war mein Tor. Mein Arsch. Ja, aufs Falsche vielleicht. Das ist echt so. Ihr zwei seid nicht in einer Mannschaft. Das ist so ein Held, ey. Du musst aufs Blaue schießen. Oh. Es war nämlich mein Tor. Ich hab nur leider nicht so ganz verrissen, dass ich auf Blaue schießen muss. Ja, oh mein Gott. Es ist nicht dein Ernst. Das tut mir leid. Es ist nicht dein Ernst. Unfassbar. Und jetzt geht der auch noch rein, oder was? Nein. Alter, Wolfman. Egal, ich hab die Vorlage. Oh, shit. Eigentlich wär der auch reingegangen, glaub ich. Ja, der Wolfman, der ist sicher, sicher. Wolfman ist auch Anfänger. Was? Gott, da. Ja, war es eher Allstar. So wie der da im Tor rumfährt, ist der schon eher ein Anfänger. Ey, er hat ein Tor gemacht, ne? Alter, wohin? Eins Tor. Ne, oder? Alter. Ich dachte aber ganz kurz. Der Wolf, der macht hier schon wieder... Ja, ich bin eher so für die Akrobatik verantwortlich. Das kann's nicht so sein. Ja, 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 ja. Nachschuss. Und der Wolf ins Tor. Was? Warm, gehalten. Ne, der Chris, Teufelskerl. Ja, der Fail der Woche geht an mich. Ich steh hin und mach nichts. Okay. Schöne Taktik, Bodo. Ich steh vorne und mach nichts. Jetzt bin ich hin. Ab zwar, du machst nichts. Ich warte auf meine... Auf den Moment. Den hier. Ja, komm, jetzt schieß doch mal. Ach, du bist ja in meinem Team. Kannst du mal was tun? Oh, ich hab den Wolfman zerstört. Der Wolfman macht hier voll die... Voll die Dinger. Voll die Dinger, ey. Voll die Dinger, ey. Richtige Dinger. Lange er keine Antenne hat. Keine geile Antenne, darum geht's gar. Was machen Sachen? Was machen Sachen? Was machen Sachen? Jawohl, der Weltmeister mit der Vorlage. Und fuck. Du weißt schon, dass das nicht unser Tor ist. Das ist nicht... Scheiße, das ist ja schon wieder nicht das... Ich hab schon in die richtige Richtung gespielt. Ich hab erst mal geguckt. Hä? Ja, ich denke auch die ganze Zeit, ich spiel gegen Bodo. Deswegen ist das sehr verwirrend für mich. Das stimmt nicht mit dir. Ich komm nicht mehr klar. Ohne Scheiße, ey. Ja, jetzt wo ich weiß, wo mein richtiges Tor ist, kann ich auch mal Tore schießen, ey. Ja, wusstest du ja eigentlich schon nach deinem ersten Eigentor, wo das richtige Tor ist. Aber nur eigentlich. Aber ey. Kann man auch mal zwei Minuten, zwei Minuten, 30 Sekunden für brauchen. Ja, manchmal ist das halt alles ein bisschen anstrengender. Siehst du, jetzt weiß ich das. Oh mein Gott, der Chris schon wieder. Das gibt's nicht. Was für ein Pisser, ey. Ja, muss ich manchmal pissen. Da bist du eher so der Kacker. Kommt ab und an schon vor. Ich mach ja den Turtle. Hörst du mal auf zu turtle? Machst du mal Tore? Kannst du von mir aus dem Turtle Goal machen, aber. Ninja Bodo. Bodo Power. Komm, Banani, du bist in meinem Team, hab ich jetzt gesehen. Ja, bin ich auch. Ja, davon merk ich nicht so viel. Wirkt mal ein bisschen. Twerk mal ein bisschen, komm. Ups. Nicht schon wieder aufs falsche Tor. Unsere Teamleistung ist gelinde gesagt. Wieserabel. Ja, ich war auch zweieinhalb Minuten nicht im Match. Jetzt ist alles gut. Boah, Banani. Jetzt komm, Bodo, komm. Bring ihn in die Mitte. Wie ein Mann. Er kommt aber langsam, aber sicher kommt er in die Mitte. Ja, jetzt geh! Siehste? Komm, Arne. Da mach ich's. Da hab ich schon gejubelt. Da hab ich schon gejubelt. Ich wollte nicht nochmal ranach schießen. Ich wusste, dass der reingeht. Hockey wurde doch gar nicht rausgenommen. Wie oft haben wir jetzt vorhin schon Hockey gespielt? Das hier war jetzt noch nicht. Ach so, für Ranked oder für Normal oder was? Das kann schon sein. Das kann schon sein. Da weiß ich nicht. Hinter mir ist keiner. Jetzt können wir mal bitte noch eins machen. Eine Minute Dame noch. Wenn ich mal irgendwann wieder lande, dann ja. Weißt du, da versuchst du den Ball auszugucken und dann kommt von irgendwo so ein Wulf angeflogen. Nein! Nein! Und Feierabend. Wie das duftet. Kräftig, deftig. Würzig gut. Würzig. Seit wann erlauben wir eigentlich im Chat wieder diese ganzen Fake-Accounts? Diese Troll-Accounts? Das sind wir eigentlich neu. Doch die Zeiten sind vorbei. Der Wolfman, der ist OP, ey. Der geht gar nicht, der Typ. Der hat auch locker mehr Punkte als ich. Der hat mehr Punkte als Banane. Es reicht. Oh, weißt du? Was, was soll sowas? Was? Was soll sowas? Ja, Dobi, äh, Bodo, ich, äh, leg mir quasi vor. Siehste? Der Wolfman, das ist so ein Idiot. Ich stelle mich gerade passend hin, um so eine Schraube nach links zu machen. Da kommt der, oh, Alter, so ein Affe, ey. Das verwechselst du, das ist der Wolf. Das ist egal. Das ist der Wolfman, nicht der Wolfman. Ach, Ficken. Hauptsache, Chris macht mich nochmal kaputt, ne? Oh, ich hab'n Fußball freigeschalten, na dann. Ich auch, die Fußballantenne. Ja, Mann. Also, ich hab'n Herz freigeschalten. Ich glaub, das war's. Ja, so siehst du auch aus. Ja, ich hab'n denn, wer da war's.